Wir freuen uns, dass ihr von dir eingeschaut habt. Vielen Dank dafür. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr sehr gut würdet sehen. Und du unten den Subscriber anklicken. Wir haben auch unsere WhatsApp-Nummer, die könnt ihr hier mal abschreiben. Uns vielleicht mal ein Video schicken, vielleicht mal ein Audio schicken. Für uns beide, da würde uns sehr gefallen, wenn ihr das seid. Von dir möchte ich euch fähne Videos wiesen, die andere Menschen in der ganzen Welt gefilmt haben. Meine Frühen sind Mitglied in einem Video in Bilderclub. Und da würden wir gut Geld vergeben, wenn wir euch in dem Club beenden sind. Wir freuen uns, dass wir unsere Videos auch mit ihr mitteilen können. Ich würde Fotografie machen, ich würde Bilder machen und Videos machen. Wir gehen das schon, wenn wir in anderen Ländern reisen. Und wir haben diese schöne Bilder und Videos verjünt. Wenn wir reisen, wir sind immer ein Schmuckgott der Welt gemerkt haben. Und wenn wir mit euch ein bisschen die Videos mitteilen, das ist ein größer Verrecht. Und ich hoffe auch, dass alle Videos, die wir euch jetzt werden wissen, nun, wenn wir diese Stück machen wollen, dass euch auch ein Zehn sein können, dass ihr euch davon lernen können. Diese Videos sind auch ganz besonders gemerkt, für euch in China, für die Jugendlichen, und für die Jugendliche, für die Jugendliche und für die Jugendliche befrieden. Das sind Videos, die euch in der Jugendlichen befrieden. Das sind Professionelle gemerkt. Da haben Menschen mit uns gehabt gemerkt, über die ganze Welt. Und wie möchte ich die Jugendlichen mitteilen? Weil ich mag Gott die Welt gemerkt haben. Und wie möchte ich die Jugendlichen befrieden. 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.